Hallo, mein Name ist Bierte Siemes. Ich bin Zahnärztin für Kinderzahnheilkunde und arbeite seit 2015 für Milchzahn. Und meine größte Freude ist es eigentlich immer, ihre Kinder spielerisch durch die Kontrolltermine und Behandlung zu begleiten, dass sie wirklich stolz, lächeln und gesunden Zähnen aus der Praxis rausgehen können. Und ich würde mich riesig freuen, wenn sie einen Termin bei uns vereinbaren, für sich und für das Kind vor allem. Und würde mich auch freuen, ihr Kind kennenzulernen. Tschüss und bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017